Mein Kindergarten Das ist Anna. Das ist Alex. Das ist Katja. Das ist Dennis. Wir essen zu Mittag. Eine Serviette für Anna. Eine Serviette für Alex. Eine Serviette für Katja. Eine Serviette für Dennis. Ein Lätzchen für Anna. Ein Lätzchen für Alex. Ein Lätzchen für Katja. Ein Lätzchen für Dennis. Ein Teller für Anna. Ein Teller für Alex. Ein Teller für Katja. Ein Teller für Dennis. Ein Löffel für Anna. Ein Löffel für Alex. Ein Löffel für Katja. Ein Löffel für Anna. Ein Löffel für Dennis. Wir essen zu Mittag Brei. Brei für Erlöf für Rieschen. Brei für Alex. Brei für Kathja. Brei für Dennis Füttern wir Anna Füttern wir Alex Füttern wir Katja Füttern wir Dennis Den Löffel halten wir so Sind alle satt? Eine Tasse für Anna Eine Tasse für Alex Eine Tasse für Katja Eine Tasse für Dennis Und jetzt Kompott Dennis trinkt Kompott Katja trinkt Kompott Alex trinkt Kompott Anna trinkt Kompott Katja hat zum Mittag gegessen Dennis hat zum Mittag gegessen Alex hat zum Mittag gegessen Mein Kindergarten hat zum Mittag gegessen Und du? Mein Kindergarten Das ist Nana Das ist Alex Das ist Katja Das ist Dennis Mein Kindergarten wird malen Das Heft mit dem Einhorn ist für Nana Das Heft mit der Rakete und dem Astronauten ist für Alex Das Heft mit dem Pony ist für Katja Das Heft mit der Qualle für Dennis Nanna malt mit Markern Alex malt mit Filzstiften Katja malt mit Buntstiften Und Dennis malt mit Wasserfarben Dafür braucht er ein Glas mit Wasser Und einen Pinsel Nanna malt mit einem lila Marker Und jetzt malt Nanna mit einem grünen Marker Alex malt mit einem blauen Filzstift Und jetzt malt Alex mit einem roten Filzstift Katja malt mit einem roten Buntstift Jetzt malt Katja mit einem gelben Buntstift Dennis malt mit grüner Farbe Christ Gustav Christ化 Dad Ge 반 Csca Ich hab Que Jetzt malt Dennis mit orangener Farbe. Nana hat eine Blume gemalt. Alex hat eine Rakete gemalt. Katja hat einen Schmetterling gemalt. Und Dennis hat ein Auto gemalt und sich die Hände schmutzig gemacht. Ich wasche ihm die Hände. Und jetzt mit einem Handtuch abtrocknen. Dennis hat so ein tolles Auto gemalt. Ihr habt alle schöne Bilder. Gut gemacht! Nana hat ihr Bild in einen Rahmen gestellt. Katja hat ihr Bild in ihr geheimes Tagebuch gelegt. Dennis hängt sein Bild über sein Bett. Alex macht sein Bild am Magnetbrett fest. Mein Kindergarten Mein Kindergarten Das ist Katja. Das ist Alex. Das ist Dennis. Das ist Nana. Das sind die Spielsachen von Katja. Das sind die Spielsachen von Alex. Das sind die Spielsachen von Dennis. Das sind die Spielsachen von Nana. Mein Kindergarten spielt. Lasst mal sehen, was Katja für Spielsachen hat. Ein Kätzchen Ein Hündchen Ein Bärchen Und eine Kuh Katja baut eine Pyramide aus Tieren Mal sehen, was Alex für Spielsachen hat. Oh wow, ein Orangener Igel Ein blauer Igel Ein rosa Igel Ein lila Igel Alex baut eine Pyramide aus verschiedenfarbigen Igeln. Schau, was für eine Pyramide Alex zusammengebaut hat. Zählen wir mal. Eins Zwei Drei Vier Lass mal schauen, was Dennis für Spielsachen hat. Das sind bunte Teile von einer Pyramide mit Zahlen. Das ist die Ziffer 1 Das ist die Ziffer 2 Das ist die Ziffer 3 Das ist die Ziffer 4 Schaut, was für eine große Pyramide wir haben. Die ist größer als Dennis. Mal sehen, was Nana für Spielzeug hat. Wow, das ist eine bunte Pyramide aus Ringen. Dieser Ring ist blau Dieser Ring ist grün Und dieser Ring ist gelb Und dieser kleine Ring ist rot Eins Zwei Drei Vier Oh, wir haben die Pyramidenspitze vergessen. Schau, was für schöne Pyramiden wir haben. Ich habe eine Box mit Spielsachen. Schau, Räder Das ist ein Auto Lass uns noch ein paar Details dazu finden. Wow, das ist ein Mockers Auto Bulli Oh, das ist der Bus Bussi Das ist der Lkw Gru Das ist der Bagger X Katja spielt mit Bussi Alex spielt mit X Dennis spielt mit dem Lkw Gru Und Nana spielt mit dem Bulldozer Bulli Mein Kindergarten spielt Mein Kindergarten Die Kinder spielen im Kindergarten Alex spielt mit einem Pferd Dennis spielt mit einem Auto Katja spielt mit dem Küken Katja spielt mit dem Küken Nana spielt mit ihrem Stoffbären Es ist spät und Zeit dass die Kleinen ins Bett gehen Das ist das Bett für Dennis Bettlaken Kissen Kissen Und Decke Das Bett für Nana Bettlaken Kissen Und Decke Wow Das Bett von Katja Bettlaken Bettlaken Kissen Und Decke Das Bett für Alex Bettlaken Kissen Und Decke Der Pyjama von Dennis Mit einem Hasen Dennis hat einen blauen Pyjama Vorm Schlafen gehen Gehen wir aufs Töpfchen Nanas Pyjama Ist ein rosa Hase Und Katjas Pyjama Ist auch rosa Schau Dein Hase Schläft bereits Alex hat einen grünen Pyjama Das Bett von Dennis Da sind graue Bären Da sind graue Bären drauf Nanas Bett Sie hat Rosen Auf der Decke Katjas Bett Auf ihrer Decke sind Bären in blau und rosa Das Bett von Alex Das Bett von Alex Er hat eine Eule auf der Decke Gute Nacht Gute Nacht Gute Gute lebt gute Gute Untertitelung des ZDF, 2020